Und damit Moinsen zu wieder einmal einem Mix aus Vorbrich, diesmal Hoffenheim und den VfB-News. Ich finde es eigentlich ganz geil sogar so, das quasi beides in eins zu packen, einfach weil es dann, wenn es so viel Zeit nicht einfach so am besten ist. Aber heute, Donnerstag, war mein letzter Praktikumstag, auch ein bisschen schade, war ein sehr, sehr geiles Praktikum. Aber heißt auch, dass ich dann demnächst, was heißt demnächst, in den nächsten Tagen irgendwann wieder in Ansbach bin, dann irgendwann wieder das Studium losgeht und so weiter und ich dann vermutlich mal mehr Zeit habe, als während des richtigen Arbeitstag Praktikum halt. Das heißt, es kann gut sein, ich kann nichts versprechen, aber es kann gut sein, dass vielleicht wieder ein bisschen quasi wie letzte Saison wird. Dass wirklich auch wirklich immer Vorberichte kommen, dass wirklich immer Nachberichte kommen. Kann ich aber nicht garantieren. Ich weiß auch nicht, inwieweit oder wie sehr mich das neue Semester einspannen wird. Wir fangen an mit Nachbericht so ein bisschen von Bochum. Dann machen wir halt natürlich Vorbericht von Hoffenheim, ist ja klar Geschichte. Ja, was willst du zu Bochum großartig sagen? Bei mir war es speziell ja noch, dass ich ja oben auf der Pressetribüne saß, vom Praktikum aus noch. Das war sehr, sehr geil. Da kommt auch irgendwann ein Video. Ich habe es ja quasi angekündigt. Es kommt auch irgendwann. Du musst da halt natürlich diese ganzen verschiedenen Wege gehen. VfB nimmt das Video ab und so weiter und so fort. Es dauert halt einfach seine Zeit. Man kennt es, Spielszenen, was darf man filmen, was darf nicht rein. Denn das ist halt einfach ein Tamtam. Ist ja auch ganz normal alles, aber es dauert halt noch ein bisschen. Also es kommt irgendwann. Ihr kriegt es dann auf jeden Fall auch mit, wenn es kommt. Sehr, sehr geil gewesen auf der Pressetribüne. Auch wenn ich, glaube ich, noch nie so verhalten gejubelt habe in meinem Leben. Also gefühlt gar nicht gejubelt über das 1-0. Weil du bist ja nicht auf einer Fantribüne, du bist auf einer Pressetribüne. Du kannst dich auf einmal aufstehen und ausrasten. Sowas geht halt nicht eigentlich. Das ist einfach eigentlich ein No-Go. Ja, 1-0 war schön. Es war halt einfach die eigene Dummheit, dass du nur eine Kiste gemacht hast. Du hattest eigentlich oft dieses Gefühl beim VfB, meine Fresse, spielen wir eine Scheiße zusammen? Wie sollen wir Spiele gewinnen? Nach dem Spiel war die Frage, meine Fresse, waren wir heute eigentlich gut? Warum spielen wir hier unentschieden? Du musst das hier 2-0, von mir aus auch 3-0, heimfahren. Du hast neben diesem Tor, neben diesem abgefälschten Eckball-Ding halt, ne? Das war ja kein schönes Tor so, aber halt drin. Hattest du eine Riesenchance, man muss nach einem Traumball von Anton, war es glaube ich, der einfach auch einen Ticken früher abschließen muss, vielleicht auch lieber den linken Fuß nehmen sollte, anstatt irgendwie mit rechts dann irgendwie so verkrüppelt dahin schlupfen zu wollen oder so. Mangala muss den machen, nach diesem Sensationslupfer von Führig. Hat da vermutlich zu viel Zeit, ne? Hört man auch selten, aber da hat er vermutlich zu viel Zeit. Da wäre es wahrscheinlich fast besser gewesen, wenn man zu wenig Zeit gehabt hätte und direkt draufziehen müssen. Weil so lässt er das Ding gefühlt fünfmal auffüpfen, bis der Keeper ihm direkt schon am Schienbein klebt, gefühlt. Den muss er halt machen, das muss das 2-0 sein. Auch wenn es ein Mittelfeldspieler ist, kein Stürmer, ist mir völlig geil, der muss rein, der Ball. Und dann gab es noch mal den Sinn, auch nochmal Mangala mit der Chance nach Endo mit dem Nachsetzer. Du hättest es wirklich 2-0, sage ich jetzt mal, solide und auch verdient und mehr oder minder ungefähr, wird eigentlich heimfahren können in sich, aber du machst es halt einfach nicht. Dann kommt so ein abgefälschter Steilpass nach vorne. Dinos, ich weiß nicht, ob er sich mitbekommt oder ob er sich zu sicher ist oder so, auf jeden Fall reilt es sich, dass hinter ihm einer kommt, und dass der auch mit Tempo kommt, lässt sich zu lang Zeit, will ihn wegschlagen und zack, ist der Polter schon im Weg vorm Ball und er schlägt halt den Polter weg und nicht den Ball. Glasklare Elfmeter, einfach komplett dumm, aber du bist auch komplett selber schuld da vorne, ja, im Spiel und vor allem halt da vorne, weil du halt, du musst das Spiel schon viel früher zumachen. Du musst schon viel früher 2-0, von mir aus auch 3-0 führen. Aber du tust es halt nicht. Und dann fällt da noch in der 94. Minute so ein Elfmetertor und das letzte Saison wäre das auch nicht passiert. Wenn es läuft, dann passiert sowas nicht. Sowas passiert ja auch nur, wieder 2 Euro ins Phrasenschwein, aber sowas passiert ja auch nur, wenn du halt mitten im Abstiegskampf steckst. Das ist es halt auch noch dazu. Das tat wirklich richtig, richtig weh, dieses 1-2-1-Ausgleichs-3-Wall. Wir gehen mal so ein bisschen Stimmen oder so ein bisschen Twitter-Geschichten und sowas durch. Stimmen müssen, wir hätten den Sieg einfahren müssen, müssen uns entschieden, müssen wir auf unsere Kappe nehmen. Das ist schon ein hartes Nehmen-Moment. Der Rückschlag ist ärgerlich. Mit der Spielleistung, die wir auf den Platz brachten, hätten wir 3 Punkte verdient gehabt. Und zum Afropanus. Dinos hat einen Top-Charakter und schwierig tut er mir leid. Doch jetzt geht es nicht ums Leidtum, sondern ums Wiederaufstehen. So ein Ding ist das. Dann natürlich auch auf Twitter hier nochmal eine Szene, wo wir vielleicht auch für die Situation gegen Endo und den Elfmeter hätten bekommen können. Aber wer hätte, hätte Fahrradkette. Das stimmt natürlich auch wieder in dem Spiel. Und vor allem in den letzten beiden Spielen, finde ich. Es ist verflucht. Das hat nichts mit dem Trainer zu tun. Es hat nichts mit der sportlichen Ausrichtung zu tun. Es ist einfach nur verflucht. Weil ich sage auch, Frankfurt war keine gute Leistung. Aber Leverkusen und Bochum, das kann dir auf jeden Fall Hoffnung machen, finde ich. Das waren gute Leistungen beide mal. Leverkusen verlierst du halt, weil es wieder ein Top-Club ist. Da war es wieder, ja, schön gespielt, hat nichts mitgenommen. Gegen Bochum hättest du eigentlich verdient zu Hause gewonnen. Das waren beides wirklich ansprechende Leistungen mal. An denen kann es sich aufhängen. Manga da auch selber getweetet. Ich hätte das 2-0 machen müssen. Wir geben aber niemals auf. Danke für eure Unterstützung. Bei meinem 100. Spiel für den VfB. Freitag geht es weiter. Sosa war auch komplett geknickt. Nach dem Ausgleich, nach dem 1-1. Auch weinend gewesen. Ich glaube, Kaleitsch durfte ihn irgendwann trösten, dann Dinos natürlich auch, Mafopanus auch. Aber das ist auch ganz andere Körpersprache jetzt. Der Kampf ist angenommen, da geht was, schreibt einer auf Twitter. Und das war auch oben auf der Pressetribüne bei mir so. Seid ab nur durch die Gegend am Starren. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das ist so unfassbar bitter. Bleiben wir bei unfassbar bitter. Sidas musste runter. Nach auch gar nicht so lange, 20 Minuten oder sowas. Schulter, das sah jetzt eigentlich aus. Tut weh, er muss raus so. Aber nicht nach dem, was zur Hölle jetzt hier wieder passiert ist. Saison aus für Sidas, Kartonpa am Wumper. Eine Schulterluxation hat er sich zugezogen. Operation erforderlich. Wurde auch schon gemacht. Lief gut. Gut, es steht ja auch immer dran, dass sie OP gut lief. Ich habe selten gelesen, dass sie OP scheiße lief. Drei bis vier Monate Ausfallzeit. Das ist einfach unglaublich. Anderes Thema. Noch quasi spezifischer Spielerthema zum Spiel. Alexis Tibidi war nämlich nicht im Kader. Ich glaube auch bei der zweiten Mannschaft nicht. Es war scheinbar so ein bisschen eine Disziplinarreise. Oder Disziplinarreise. Reise. Eine Disziplinarstrafe. Weil er irgendwie mal spät zum Training kam oder so ein Quatsch. Irgendwie sowas. Ja, sei es drum. Er darf gegen Hoffnung auch noch nicht dazu. Er kriegt nochmal eine Woche stille Treppe, doof gesagt. Und danach wird es schon wieder irgendwie laufen. Da wurde natürlich auch von Leuten schon wieder angegriffen. Wie kann man gerade in der Situation das nicht raffen und so. Also Jungs und Mädels, der Typ kommt aus der Jugend. Der Junge ist 18, ist seit sieben Monaten vor bei uns. Das ist keiner, der das Ruder umreißen muss für uns. Natürlich muss das nicht sein. Es war aber jetzt ja auch nichts krasses, was passiert ist. Einfach mal auch da die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, die meisten tun es ja eh. Aber es gab da wieder ein paar Leute auf Twitter und Co. Wir haben ein paar Meinungen zu Konkurrenz, die da unten bei uns chillt. Bielefeld und Augsburg spielen beide noch gegen die drei großen Brecher. Und Bielefeld auch noch gegen Leverkusen. Wir spielen in Anführungszeichen nur noch gegen Bayern und Dortmund. Dazu spielen alle da unten drin noch gegeneinander. Da ist wirklich noch alles drin. Und das meinte ich hier mit Konkurrenz hat sich gemeldet. Max Kruse, frisch bei Wolfsburg. Er läuft jetzt ja wieder mehr oder minder gut. Ich sage, Fürth und Hertha steigen ab und Stuttgart muss in Relegation. Bruder, habe ich keinen Bock drauf. Ne, machen wir nicht. Ne, Max, machen wir einfach nicht. Tabelle stellt sich wie folgt dar. 17.19 Punkte. Fürth-Leicester mit 13 Punkten. Augsburg auf Platz 16 mit 22. Also drei Punkte weg von uns. Sie sind nur ein Tor besser im Torverhältnis. Die Hertha hat 23 Punkte auf Platz 15. Das ist das rettende Ufer. Die sind sogar deutlich, deutlich schlechter im Torverhältnis. Bielefeld kommt mit 25 Punkten auf Platz 14. Gladbach 26 auf Platz 13. Ja, da wäre es halt schon dicke wichtig gewesen. Hättest du halt nicht nur eins, sondern drei mitgenommen. Dann wäre es nämlich richtig knapp an Augsburg ran. Dann wäre es auf einen Punkt an Augsburg ran. Wenn ich meine Mathematikkünste gerade nicht auf eine falsche Fährte führen. Das wäre natürlich extrem, extrem wichtig gewesen. Gibt aber auch den Spielraum, dass du halt mit diesem Spiel, mit diesem Wochenende, mit diesem Spieltag auch an Augsburg vorbei kannst. Wenn die Brees verlieren und wir tatsächlich in Hoffenheim gewinnen sollten, sind wir an Augsburg vorbei. Dann sind wir auf Platz 16. Das wäre extrem, extrem wichtig. Und wir kommen auch zu Hoffenheim. Und dann nimmt das Thema Fans einen extrem, extrem großen Block ein. Und einen wichtigen Block. Ich bin auch am Start. Lade ich es heute noch hoch? Weiß ich gar nicht. Also entweder morgen oder heute halt. Also ich nehme es hier gerade um 21 Uhr auf. Am Donnerstagabend. Bin auch am Start. Es haben sich auch in Baden-Württemberg die Corona-Regeln geändert. Sind jetzt wieder in der Warnstufe. Es dürfen bis zu 25.000 Zuschauer rein. Oder halt maximal 75% Auslastung. Das kommt bei Hoffenheim der Fall. Weil bei uns 75% Auslastung bei 60.000 sind mehr als 25.000. Deswegen kommt es bei uns nicht da rein. Bei Hoffenheim schon. Die haben, glaube ich, 30.000 dürfen rein ins Stadion. Heißt, bei 75% Kapazitätsauslastung dürfen 22.000 Fans rein. Und auch sehr wichtig. Wird auch beim VfB dann so sein. Generell die Regel wieder bei Veranstaltungen und so weiter. 3G. Wir sind weg von 2G+. Wir sind zurück bei 3G. Geimpft, genesen oder getestet. Fertig und ab ins Stadion. Los geht's. Genau. 22.000 dürfen in Hoffenheim rein. Das ist schon mal ganz geil. Deswegen ist er gefühlt ausverkauft damit. Oder fast ausverkauft damit. Es gab einen, ähm, tatsächlich einen Verkauf beim VfB auf der Seite. Darüber kam ich auch die Karten. Weil eben du jetzt auch wieder die 10% bekommst. Das heißt, du hast wirklich 2.200 Karten grob, die du auswärts verkaufen kannst. Das ist nicht mehr so, dass du irgendwie gefühlt 500 Karten hast. Und irgendwie versuchen wir es über VfB Away oder so ranzukommen. Oder über die Heimtickets vom vergegnerischen Club halt. Weil der VfB halt nicht für vier Restkarten den Verkauf macht, ne. Ähm, da war wirklich ein Verkauf da. Wann war denn der? War das Dienstag? War das Mittwoch? Ne, Dienstagabend hat das gestartet. Irgendwann um 5.00, glaube ich. Und um 6.00 waren die ganzen Karten alle weg. Ähm, da habe ich welche in einem Sitzblock geholt mit einem Kollegen. Ähm, da haben sie quasi immer wieder gelauncht. Immer wieder neue Karten reingebaut. Reingehauen. Vor allem in den Stehblöcken. Bis eben alles weg war irgendwann. Nach grob einer Stunde war das Zeug weg. Es war eigentlich auch ein freier Verkauf geplant für den Tag danach. Ne, der kam nicht. Der Antrag war extrem, extrem hoch. Ähm, der VfB dann auch gemeldet als Serviceteam. Äh, man kann über Hoffenheim noch an Karten kommen. Ähm, ja. Ob man es so will, ist die andere Frage. Weil man kennt es ja oft. Na gut, ich kann mich an Karten dran, auswärts über die offiziellen Auswärtsblöcke. Dann gehe ich halt quasi beim gegnerischen Team, beim Heimteam an den Block, der direkt an dem Auswärtsblock dran ist. Problem ist nur, dass wir irgendwie für Hoffenheim was Besonderes sind scheinbar. Wir spielen für die noch Champions League. Oder wahrscheinlich ist es noch eher das, dass wir halt für die irgendwie so halbwegs interessant sind für irgendwie Derby oder so. Ich meine, es ist kein Derby, aber vielleicht ist es für die was Besonderes. Da müsste aber, doof gesagt, eigentlich auch Freiburg drinstehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die eine normale Preisliste. Dann haben die eine Preisliste A, die nur für Bayern München gilt. Also Top, Top, Toppreise ganz, ganz oben. Ach du Scheiße, sind die teuer. Ich habe gar nicht aufgeklappt. Aber was ich schon aufgeklappt habe hier, war die Preisliste B. Weil da drin sind Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart. Ganz wilde Auflistung. Und da bist du halt einfach, ja, so im Schnitt, junger Vater, du bist wirklich 10, 14 Euro oder sowas teurer unterwegs pro Karte, als du es normalerweise wärst. Das ist schon sehr, sehr wild. Also unfassbar. Das heißt, wir haben einen Block, der dran mündet. Das ist der Block F, der mündet direkt dran. Kann man schon gar nicht mehr auswählen, weil der ist ausverkauft. Das heißt, da sind auch die VfB-Fans alle am Start gewesen wahrscheinlich. Das heißt, wir werden nicht nur 2.200 Fans haben. Wir werden wahrscheinlich an die 3.000 haben, würde ich mal tippen dort. Das wird, brauche ich eigentlich fast nicht sagen, aber es wird ein akustisches Heimspiel. Das wird unfassbar geil. Ich habe richtig, richtig Bock auf dieser Auswärtsreise. Der ist schon weg. Da war ein Ticket mit 37 Euro und der Block I mündet auch quasi am Auswärtsblock. Und das heißt halt einfach, wie viel waren es jetzt hier? 52 Euro, ja, ne? Ich muss hier den Block kurz öffnen. Der Perfekt dauert 800 Jahre. Aber ich glaube, es waren 52 Euro, ist mir jetzt so blöd, da zu warten. Sehr wild. Auch sehr wild. Der VfB macht eine extrem, extrem ehrenvolle Aktion. Habe es auch in die Instagram-Story gepackt. Kann ich euch sowieso nur ans Herz legen. Ich bin da sehr, sehr aktiv bei den Instagram-Stories gerade. Oder, ja, neuerdings, wie auch immer. Auf jeden Fall bockt sich das hart. Könnt ihr gerne abchecken. Da hat eben auch die News immer direkt quasi in der Story drin, wenn irgendwas passiert. Baller ist direkt rein. Wie gesagt, hat auch VfB geschrieben. Das Kontingent ist ausgeschöpft. Mindestens 2.200 VfB-Fans sind dabei. Der Gästeblock ist ausverkauft damit. Und, da steht bei mir auch noch auf dem Ticket drauf, eigentlich wäre der Sitzblockbereich oder Sitzplatzbereich bei 37 Euro. Also wie der Block auch, der daneben mündet. Aber der VfB hat gesagt, ey, was soll diese Scheiße? Da haben wir keinen Bock drauf. Wir machen komplette Ehrenaktionen. Der VfB hat nämlich alle Tickets, egal ob Steh- oder Sitzblock, für 18 Euro verkauft. Und diese ganze Differenz steht hier drin. Unsere Mannschaft und die sportliche Leitung übernehmen bei den Sitzplatz-Tickets die Differenz zum regulären Preis von 37 Euro. Mein klar, kann auch ein Moralapostel kommen. Das verdienen die in drei Minuten und so. Ja, das ist mir so egal. Das musst du trotzdem nicht machen. Ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Sowas hatten wir, glaube ich, auch gefühlt noch nie. Ein sehr, sehr starkes Zeichen. Einfach auch, weil sie eben wollen, dass wir dabei sind. Sie wollen uns. Sie wollen unsere Stimmung. Das hier auch von Endos Zitat oder, ja, ob es Endos genau selber gesagt hat, steht in den Sternen, aber wurde hier geschrieben, dass es von Endos gesagt wurde. Gemeinsam mit unseren Fans im Rücken werden wir alles reinwerfen, um Punkte mit nach Hause zu nehmen. Der Support von Reng ist Gold wert und deshalb unterstützen wir die Aktion auch aus unserer Mannschaftskasse. Wir freuen uns sehr, dass uns so viele VfB-Fans begleiten werden. Danke, dass ihr immer hinter uns steht. Auch Hitzesberger sagt, nach dem Bochum-Spiel gilt jetzt erst recht. Wir halten zusammen, wir bleiben dran und kämpfen im Baden-Württemberg-Duell wieder um Punkte in weiß und rot nach Hoffenheim. Und weitere Ehrenaktionen vom VfB. Nicht nur, dass sie die 37-Euro-Dinger für 18 verkaufen, die Differenz übernehmen. Nee, die wissen ja auch selber, die Brees, die nicht an die Karten gekommen sind, die kaufen im Block daneben quasi. Die kaufen sich drumherum. Und selbst da, Tickets außerhalb des Gästebereichs sind derzeit noch im Online-Shop von Hoffenheim verfügbar. Jeder VfB-Fan, der ein Ticket bei der TSG Hoffenheim im freien Verkauf erwirbt, erhält bei Vorlage des Tickets im VfB-Fanshop in der Mercedes-Straße 30% auf den nächsten Einkauf. Kurs geht so raus. Das heißt, jeder, der einfach in diesen Block von Hoffenheim rein ist und die vollen 37 Euro gezahlt hat oder vielleicht sogar die 52 Euro gezahlt hat, quasi auf der anderen Seite vom Auswärtsblock, der kann mit dem Ticket reinladen und hat einen 30% Rabattcode für seinen nächsten Fanshop-Kauf. Das ist schon sehr, sehr wild, ohne Witz. Also ganz, ganz großer Respekt an den VfB und weshalb wir auch doppelt und dreifach gehypt sein können, vor allem alle, die da hinfahren. Ich habe auch selbst auf Twitter gesehen, das gefühlt jeder VfB-Fan da hinfährt. Also ich habe jetzt schon extrem, extrem Bock, aber auch schon einige DMs von euch bekommen, dass ihr auch nach Hoffenheim fahrt. Ich habe unfassbar Bock auf das Auswärtsspiel. Das sage ich euch einfach, wie es ist. Ich würde am liebsten jetzt sofort losfahren. Der organisierte Support ist teilweise zurück. Also soweit ich das weiß, kommt Kommando Cannstatt auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob die komplett kommen, aber weitestgehend. Andere Fanclubs bleiben noch so ein bisschen weg. Aber es kommt auf jeden Fall eine Form von organisiertem Support zurück. Da schätze ich mir gleich die Frage, ob dann auch der Support in den Heimspielen zurückkommt. Jetzt dann schon quasi gegen Gladbach nächste Woche oder, und da gehe ich mal fest davon aus, spätestens, wenn du dann gegen Augsburg im März, wenn sie bis dahin bei diesen Regeln bleiben, wieder vor Maxi, also wo du wieder das Stadion auslasten dürftest, ob wir es ausverkauft bekommen, andere Frage. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir spätestens da wieder alle da sein werden, weil dann gibt es ja auch kein Argument mehr zu sagen, nö, wir wollen das nicht. Weil es hieß ja immer, wir kommen nur dann, wenn wir richtig Stürungen machen können, wenn das ganze Stadion voll wird, wenn uns die Regeln passen. Und dann ist das ja der Fall. Ich weiß nicht, ob sie dann auch mit dem, ab dem 20. März oder das Spiel ist am 19. März, da werden sie hoffentlich nicht rumkacken, ob sie da dann auch noch weiterhin 3G haben oder ob sie dann wirklich sagen, die meisten Regeln fallen weg, also kommt einfach ins Stadion, zieht eine Maske auf oder so und das war's. Aber ich denke mal spätestens ab diesen Wieder-Voll-Auslastung-Heimspielen sollten sie kommen. Heißt, man könnte vielleicht noch das Spiel gegen Gladbach mit so Möchtegern-Stimmung machen, ganz böse gesagt, wenn eben nicht organisierter Support da ist. Aber danach haben wir es ja schon, es ist ja schon bald März, das Augsburg-Spiel danach, das nächste Heimspiel nach Gladbach ist Augsburg. Und da würde es ja schon anfangen, dass du wieder voll auslasten darfst. Was auch anklang, ist, dass so in etwa 15, das steht hier gar nicht drin, ich habe es irgendwo anders gelesen, dass in etwa 15, 16, 17.000, 18.000 Karten vielleicht weggehen werden, damit rechnet man, von den 22.000 insgesamt, könnte halt auch ein bisschen daran liegen, dass ich auch als Hoffenheim-Fan keine Böcke darauf hätte, weil egal in welchen Block ich hier reinklicke, du zahlst halt wirklich gefühlt, du kannst auch hier unten in der Preiskategorie gucken, 58 Euro, 52 Euro, 37, 31, 29, 18. Aber gut, das sind halt dann irgendwelche Stehplätze wieder, die wahrscheinlich weitgehend vergriffen sind, aber du zahlst in mehr oder minder normalen Blöcken, zahlst irgendwie 30, 40, 50 Euro für dieses Spiel gegen den VfB. Also da will ich uns auch nicht größer machen, als wir sind. Wir kommen natürlich, vielleicht auch deswegen in die Kategorie, keine Ahnung, natürlich kommen wir mit ordentlich Fans, mit ordentlich Stimmung, mit ordentlich Ambiente, die wir sie bieten können, ähnlich wie Dortmund, Gladbach, Frankfurt, aber ich würde auch nicht für ein normales Spiel für uns 50, 40 Euro zahlen wollen, im Leben nicht. Deswegen, mal gucken, wie viele Hoffenheim-Fans kommen, natürlich wäre es noch geiler, weil wenn dann nur irgendwie 15.000 Hoffenheim, nur so 15.000 insgesamt da sind und wir davon schon eine 3.000 Auswärts-Fans sind, dann, das wird es wie gesagt sowieso, aber dann wird es natürlich noch, noch mehr ein akustisches Heimspiel. Der Baumann hat Matarazzo gelobt, fand seine Idee vom Fußball sehr gut, und die kennen es ja noch irgendwie als Co-Trainer da unter Nagelsmann und Alfred Schreuder. Also kleines Lob ist auch schön, ein bisschen statistisch kann man uns auch Hoffnung machen auf Hoffenheim. Ich habe jetzt gar nicht die große Statistik angeschaut über die letzten Jahrhunderte quasi, wie es aussieht in Hoffenheim, aber das sagt man ja auch öfter so doof, so quasi der Ex-Trainer, der kennt seinen Verein, aber unter Matarazzo liegt uns Hoffenheim tatsächlich. Wir haben unter Matarazzo in Hoffenheim 3-3 gespielt, da ist man eine Treffer von Kempf noch ohne Zuschauer, haben zu Hause 2-0 gewonnen, auch ohne Zuschauer, dann haben wir diese Hinrunde, das war mit das beste Saisonspiel gegen, bisher in der Saison haben wir 3-1 gewonnen gegen Hoffenheim. Also wir können uns da schon durchaus Hoffnung machen, dass sie gegen Hoffenheim wieder abliefern können, ne, das auf jeden Fall. Wir kommen zu personell quasi, wir hatten ja DPK heute am Donnerstag, Kaleitisch wird uns zum Klassenerhalt schießen, sagt Matarazzo, hat er scheinbar gesagt, irgendwie so, ist glaube ich trotzdem noch nicht, ja, ist noch fraglich, ob es für die Startelf reichen wird. Ich würde ihn auch ganz ehrlich gesagt, ohne jetzt, dass ich hier einen Startelf-Tipp mache, aber ich würde ihn jetzt auch wahrscheinlich gar nicht unbedingt direkt reinschmeißen, so, warum sollte man das ändern, was da vorne so gut lief eigentlich, dieses Führig, Führig-Marmusch, nachdem halt Silas raus war und Tomaschding, das war eigentlich ganz geil, also ich würde Kaleitisch eigentlich auch fast nicht dann einfach reinwerfen, so, weil Kaleitisch ist halt eigentlich unser Stürmer, der muss halt spielen, wenn die anderen genauso gut sind oder besser sind, dann kann er ja gerne von der Bank kommen, ich glaube nicht, dass der in der Startelf steht. Ähnliches bei Tommi, sehr interessant, dass er wieder reinkam gegen Bochum, weil sein letzter Einsatz war auch quasi davor gegen Bochum, in der Hinrunde, das war sein letzter Einsatz davor, auch per Einwechslung, glaube ich. Wir werden mal gucken, ob der jetzt auch so ein bisschen Außenseiter-Chancen hat, aber ich tippe mal, dass er auch maximal von der Bank kommt. Personalsituation, Mio, Koulibaly sind seit gestern wieder im Training, der hat ja, glaube ich, Corona beide. Niederhavi hat auch, Corona ist noch in Insulation und halt, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, bei Sidas ist die Schulter-OP gut verlaufen, genau. Und mehr krass Wichtiges gab es von der PK als nicht. Hat auch gesagt, dass es schön ist mit der Fan-Aktion und so weiter, dass viele kommen und so, das passt alles, der Spirit gerade gefällt mir sehr gut. Ich habe auch selber ein extrem gutes Gefühl für morgen oder für heute, wie auch immer fürs Hoffenheim-Spiel halt, kommt auch großteils daher, dass ich halt da hinfahre und das, doof gesagt, selbst wenn wir verlieren, zumindest am Anfang dann wenigstens die Stimmung extrem geil werden könnte. Mit vollem Block, im Block, drin selber, organisiertes Support und so weiter, das könnte schon sehr, sehr geil werden. Maderazo hat auch nochmal gesagt, überragend, wie die Mannschaft zusammenrückt. Also man hat schon das Gefühl, Leverkusen, Bochum vor allem, im Vergleich mit den Spielen davor, es hat sich was getan in der Mannschaft, es hat sich was getan. Und da musst du jetzt, das müssen jetzt die Basics sein. So wie wir jetzt gegen Bochum gespielt haben, so wie wir gegen Leverkusen aufgetreten sind, das muss Voraussetzung sein. Oder es ist auch Voraussetzung für Abstiegskampf. Du darfst jetzt kein Spiel unter diesem Niveau performen, weil du musst ja und willst ja noch punkten. Machen wir mal durch, wie der Rest punkten könnte, weil das ist eben das große Ding am Wochenende. Wir haben noch Leverkusen gegen Bielefeld. Das heißt, Bielefeld verliert da normalerweise, hoffentlich. Fürth gegen Köln, direkt das Duell hast du noch. Gut, ich sage direkt das Duell, Köln ist auf Siebter, aber Fürth ist ja so ein bisschen relevant für uns noch. Gladbach und Wolfsburg nehmen sich gegenseitig die Punkte weg, die sind ja auch nur einen Punkt entfernt mittlerweile. Aber bei Wolfsburg läuft es irgendwie gerade seit Kruse da ist. Ich glaube, dass Wolfsburg das gewinnt. Freiburg gegen Hertha, da verliert die Hertha hoffentlich auch. Freiburg ist sehr stark. Bochum, ja, würde ich auch noch so ein bisschen mit reinnehmen in die Verlosung. Die spielen zu Hause gegen Leipzig, muss ich gucken. Aber dann kommt es halt, Augsburg, direkter Konkurrent, spielen zu Hause gegen Dortmund. Am Beispiel, du sagst dir, easy call, die verlieren auch alles chillig. Dortmund, so, kommt Dortmund, ne, die besiegen die. Aber ich weiß es nicht. Jetzt mal Real Talk. Also, es, Dortmund ist, es liegt gar nicht daran, dass ich glaube, dass Augsburg die schlägt. Ich glaube daran, dass Dortmund einfach wieder reinkackt. Weil die sind so komplett inkonstant. Du hast ja gesehen, wieder irgendwie Spiele verloren. Die Klatsche gegen Glasgow, dann klatschen sie Gladbach 6-0 weg und so Geschichten. Da würde es ja wieder reinpassen, dass jetzt dann irgendwie, mal gucken, sie spielen ja gerade aktuell gegen Glasgow, aber dass sie beim Wochenende wieder anfangen, in Augsburg zu verlieren, haben sie auch schon ein, zwei Mal gemacht. Auch die Bayern haben in Augsburg verloren. Irgendwie, Augsburg ist so ein komisches Terrain für so große Klubs. Also, ich habe leider das leichte Gefühl, dass Augsburg sich was mitnehmen könnte, aber im Normalfall tun sie das nicht. Und damit wäre es natürlich ein großes Spiel. Weil wir sind in Hoffenheim, glaube ich, nicht, wir sind klar Außenseiter, weil Hoffenheim ist gerade fünfter, wenn ich es richtig sehe. Aber wir sind da nicht komplett chancenlos, würde ich damit sagen. Also, in Hoffenheim habe ich irgendwie ein gutes Gefühl. Hoffenheim ist ein Klub, der uns eigentlich tendenziell liegt. Da ist was drin. Plus, du könntest halt so entspannt dann reingehen ins Wochenende. Gewinn am Freitag ab. Dann haben wir da auch die Sause unseres Lebens mit dem Auswärtstrip. Dann wird das grandios. Machen wir auch noch dann wahrscheinlich direkt Freitagnacht, wenn ich irgendwann zwei oder so, halb drei oder so zu Hause bin wieder. Direkt noch den Late-Night-Vlog. Dann wird das wahnsinnig geil. Plus, du kannst halt einfach mit dem Sieg, mit dem Wissen, die anderen müssen jetzt liefern, das komplette Wochenende auf den deutschen Fußball gucken. Doof gesagt. Das wäre schon allerdings extrem, extrem wichtig. Ihr könnt euch auch wieder abstimmen. Klare Geschichte. Sieg und Schienelager im Community-Tab. Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Und ich würde sagen, wir werden mit dem Hoffenheim-Ding durch. Ich muss noch meinen Tipp selber abgeben. Und ich sage, wir gewinnen das. Ich sage dir, wie es ist. Ich sage, das wird nicht einfach, aber ich sage, wir gewinnen es mit 2 zu 1. Ich habe gutes Gefühl. Er hat schon öfter diese Saison ein gutes Gefühl. Ich glaube, diesmal habe ich wirklich ein gutes Gefühl. Das kann mir sehr schnell zunichtig sein. Das kann auch sehr viel halt einfach daherkommen, dass ich auswärts dabei bin und unsagbar Bock habe. Aber wir gewinnen den Bums. 2 zu 1. Und wir switchen die Tabs. Jetzt bin ich gerade zu blöd zum Klicken. Hier. Ne, auch das Falsche. Perfekt. Jetzt sind wir drin. In den VfB-News waren sie ein bisschen, ja, diese Woche war mies komisch. Nicht nur diese Woche, waren auch ein paar mehr News. Aber das zu kategorisieren, war nicht so easy. Ich habe es mal versucht. So ein bisschen Vereins-News zum Start. Wir wissen es ja, dass hier umgebaut wird bei uns, bei der Haupttribüne. Geht vor allem um den Medienbereich. Modernisierung, bla, bla, bla. 97 Millionen Euro für Stadionmodernisierung bewilligt. Der Gemeinderat gab am Donnerstag grünes Licht. Das heißt, das Ding läuft auch. Das scheint zu laufen. Ich hoffe, dass wir da als Verein selber jetzt nicht unsagbar viel Kohle für, ja, unsagbar viel Kohle für zahlen müssen. Aber das läuft. Dann sind wir weiter im Stadion bei der EM, bei der Heim-EM zu 24. Ist ja alles auch ganz nett. Auch so Kategorie ganz nett, weil, ja, ist mir jetzt mehr oder minder egal, ob der jetzt anfängt oder erst einen Monat später. Aber der Werle verlässt den FC Köln früher als geplant. Der kommt wohl dann jetzt schon im März zurück, im Laufe des März. Und nicht zurück. Ja gut, er war schon mal bei uns, aber er kommt zu uns von Köln, wird er dann Hitzesberger ablösen, irgendwann wird noch eingearbeitet und so weiter. Und da hieß es ja zuerst, dass er Richtung April kommt. Jetzt kommt er schon. Im März wurde vermeldet. Horror-Szenario droht. Doppelpunkt. Missentat Zukunft hängt an Matarazzo. Wurde geschrieben von Sport.de. Das ist ja nichts Neues. Das ist einfach nochmal aufgekochtes Thema. Das ist ja irgendwo mehr oder minder klar. Sportbild hat er scheinbar auch geschrieben, dass wir keinen Plan B haben so gesehen. Das heißt, wir würden auch mit Missentat und Matarazzo in die Zeit in die Liga gehen. Das ist ja alles jetzt nichts großartig Neues. Also das sind ja auch genau diese Lippenbekenntnisse von denen, dass sie sagen, wir gehen auch mit runter. Wir wollen diesen Weg, wir gehen den zusammen. Aber das ist halt gerade das, was hier der Artikel quasi einem sagen will, dass eben das Schicksal Missentat an das, wo Matarazzo gebunden ist. Das heißt im Umkehrschluss, er, dass Missentat auch den Verein verlassen würde als Sportdirektor, wenn Matarazzo rausfliegen würde. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt was krass Neues, aber eben auch Vereinsnews. Hitzelsberger, wir sind mit jedem Abstieg weiter abgehängt worden, hat ein bisschen im Kicker was erzählt. Ist ja auch richtig klar. Das war das große Glück bei uns. Wir haben es beide Male geschafft, wieder direkt hochzukommen. Aber diese Sprüche von wegen der Abstieg kann einem guttun. Ja, kann jeder selber wissen, ob er dem zustimmen will oder nicht. Ich finde das schwierig. Also, weiß ich nicht. Ich sage, es kann einem nur guttun, den Abstieg, wenn du es halt direkt wieder hochschaffst und dann einen Umbruch machst und es direkt wieder hochschaffst. Weil sonst lucherst du da unten rum, wie es Hannover tut, wie es Hamburg tut, Nürnberg, Düsseldorf, wie auch immer. Verpasst diesen Moment und dann chillst du einfach halt bis zum ersten Jahr noch irgendwie mit da oben dabei, steigst als Vierter nicht auf. In Schlesien nächsten Jahre auf Platz 5, 6 und 9 und sowas. Also, ja, schwieriges Thema. Abstieg. Wollen wir uns nicht mit beschäftigen, weil wir bleiben ja eh drin. Wir sind positiv. Kastanaras. Thomas Kastanaras, unser U19-Torjäger. kam das Gerücht vom Kicker, da scheinbar die Hertha und Köln Interesse haben. Ich weiß auch noch, dass quasi im selben Atemzug damals diese Thomasch-Gerüchte auch irgendwie was geschrieben wurde auf Transfermarkt.de, dass der im Sommer zu Hertha geht. Sicher scheinbar. Also das Ding der Transfermarkt.de-Gerüchte. Manche Stimmen, manches sind purer Bullshit. Weil eben auch jetzt hier SCN Plus hat auch geschrieben, dass Kastanaras ein Drei-Jahres-Vertrag vorliegt. Quasi kurz vor der Unterschrift ist es, also dann Profikader und Weiterentwicklung in der U21, also einen Plan vorgelegt. Und dann muss er, du darfst halt nur noch unterschreiben. Ist eh immer das schwierige Ding bei Talenten. Hat auch jemand richtig geschrieben auf Twitter. Ist Kastanaras jetzt ein Kimmich-Leno-Flachodimas oder doch eher ein Beschuschkopf-Dajaku-Leibold-Ferrati? Wissen wir, wenn es soweit ist. Weil es stimmt ja auch. Wir haben genügend Riesentalenten hinterher geflennt, aus dem Ende des Tages mehr oder minder nichts geworden ist. Oder zumindest nichts Krasses geworden ist in der Fußballwelt. Und andere hat man einfach dann gehen lassen, wo man dachte, die werden nicht so geil. Und dann wird es, wo es halt doof sagt, weiß ich, wie es bei Kimmich war. Aber zum Beispiel Flachodimas hat ja auch so ein paar Mal gespielt bei uns in der ersten Mannschaft. Ja, aber auch nie so richtig durchgesetzt. Und jetzt spielt er halt einfach bei Benfica Stamm und Champions League und so. Ich glaube, sogar die Bayern waren irgendwann vor ein paar Jährchen mal dran an dem. Ist aber schwierig, dieses Setzen auf Talente oder dieses Wetten quasi, wie gut werden sie, wie gut funktioniert sie mit den Talenten und wie halt nicht. Aber wäre natürlich schön, rein von den Statistiken her, die ich sehen kann, zündet der Kollege ja wie sonst was, der Gaston Nares, dann darf er gerne bleiben. Wir kommen so ein bisschen zu Transfer-News. Nagelsmann wünscht sich Sosa. Der hat ihn sich scheinbar schon im Winter gewünscht und will wohl auch im Sommer dranbleiben. Also Außenverteidiger-Position scheint schwierig zu sein bei den Bayern oder wollen sie weiter besetzen. Ich meine, die haben ja auch Bedarf, wenn man diesen Buna Sala noch irgendwie als Backup wegrechnet. Sosa ist ja auch sehr beliebt auch auf dem Markt, generell diese Position, wenn du einfach einen guten Dude hast auf links, auf rechts, wo auch immer Ausfall der Position und auch dieses Wing-Back-Ding spielen kann. Das ist einfach extrem, extrem wichtig. Der ist so rar, der Markt, haben wir auch schon tausendmal gesagt. Scheinbar wollte er auch schon Flick ihn haben, steht hier im Artikel drin. Mal gucken, ob da was passiert. Ist ja eh erst ein Thema für den Sommer. Ersten Thema für den Sommer ist auch Tomasch, aber eher quasi für den nächsten Sommer, so Sommer 2023. Aber hier einfach nur auch nochmal die Meldung. Zügel bei Tomasch selbst in der Hand. Wir können diese Kaufoptionen ziehen jederzeit oder wir haben die Kaufoptionen zu jederzeit. Eineinhalb Jahre ist Laie und auch im Abstiegsfall bleibt er. Also die Laie ist nicht vorbei, wenn wir absteigen. Er würde auch dann bei uns bleiben und auch die Kaufoptionen bleibt und so weiter und so fort. Den Kollegen hatten wir auch irgendwann mal schon drin, ist auch schon länger her. Der hat auch Probetraining bei uns gemacht. Anri Chase, versteckenden VfB ab Sommer. Ist die Exklusivmeldung auch hier vom guten Kollegen von Philipp Meisel hier von der STN. Ja, der hat, wie gesagt, ja schon mal hier Probetraining gemacht. Hat da auch imponiert. Ist ein japanischer Youngster, kommt dann aus der USA. Sohn einer Japanerin und eines Amerikaners. Der Pre ist einfach Jahrgang 2-4. Auch ganz, ganz wild. Am 24. März wird er 18. Vermutlich kommt dann da um den Dreh vielleicht auch ein bisschen mehr Wind rein, dass er eben den Profivertrag unterschreiben kann und sowas. Und ja, das war der nächste Japaner hier. Läuft ja bei uns. Endo, Ito. Warum nicht? Warum sollte Chase dann auch nicht nicht auch einschlagen bei uns? Also immer her damit. Scheinbar so ein bisschen einen Transfer schon zu haben für den Sommer. Inwieweit der ist es direkt für das erste Team in Frage gekommen, ist die andere Frage. Ito war ja eigentlich auch komplett für die zweite Mannschaft geplant. Jetzt spielt er bei uns quasi stammfasst. Mal gucken, wie es bei Chase ist. Das ist, glaube ich, auch Abwehrtalent. Müssen wir einfach mal gucken. Interessant finde ich, dass der VfB, das hat aber tatsächlich, hat ja auch die STN geschrieben, Parflitsch und Preiss haben es, glaube ich, zusammen gemacht gehabt. Diese Kampagne vom VfB, gerade Hashtag VfB sein, wo irgendwelche Bilder sind, hier zum Beispiel von der Auswärtsfahrt in den 90ern und so weiter. Das ist tatsächlich einfach vom Zeitpunkt her ja, ein Zufall, doof gesagt. Das ist keine Kampagne für den Klassenverbleib quasi, sondern einfach, die wäre auch gekommen, wenn wir jetzt Achter wären oder so. Trotzdem lustig, weil es passt irgendwie immer in diesen Saisons, wo es ganz eng wurde. Ich habe hier auch beim VfB mal auf YouTube gekramt. Im Mai 2016, das haben wir abgestiegen dann danach, dieses Wir-Kämpfen-im-Brustring-Verein und so, wo irgendwelche VfB-Legenden kurz, anderthalb Minuten über den VfB gesprochen haben und so weiter. Dann immer wieder so Kampagnen, so wir bleiben drin, auch die Stadion, die Stadionzeitung und sowas hatte immer dann so Motto-Seiten drauf oder Motto-Titel-Seiten quasi, noch drei Spiele bis zum Klassenhalten und sowas. Jetzt hätten wir wieder sowas, auch wenn es, wie gesagt, scheinbar nicht gewollt ist, aber es passt so ein bisschen rein. Hashtag VfB sein. VfB sein heißt, diese Saison bei uns auch verletzt sein. Das war auch eine Überleitung aus der Hölle. Aber tatsächlich, der Cannstatter-Blog, auch auf Twitter hat es immer geschrieben, ich habe mal den Cannstatter-Blog rausgesucht auf Instagram, er hat es mal aufgelistet in Sachen Verletzungen. Gibt auch diesen Satz, ja, andere Teams haben auch verletzt, das ist keine Ausrede, gehe ich tendenziell mit. Aber wir hatten diese Saison schon sehr, sehr krass. So, der Beweis kommt auch gleich nochmal. Aber wir gehen es mal durch, er hat es aufgeschrieben. Ich kann nicht dafür garantieren, dass es 100% richtig ist, aber ich gehe mal bei ihm davon aus, dass er es nicht scheiße gebaut hat. Diese Spieler waren in dieser Saison mit Corona infiziert. Silas, Ahamada, Kalajic, Müller, Predlu, Anton zweimal, Didavi, Milo zweimal, Kulibali zweimal, Mamush, Mangala, Tommi, Massimo, Mafropanus, Klimovic, Fahir, Führig. Diese Spieler hatten in dieser Saison mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Sanko, neun bis zwölf Monate, Kalajic, drei bis vier Monate, Silas, sechs Monate, also die erste Verletzung, jetzt kommen nochmal, drei bis vier Monate, die zweite Verletzung, Führig, zwei Monate, erste Verletzung, zweite Verletzung waren ein bis zwei Monate, Nathai, drei bis vier Monate, Tommi, vier Monate, Eklov, drei bis vier Monate, Mangala, ein bis zwei Monate. Dann haben wir noch kleinere Verletzungen, Anton, Tommy, Mafropanus, Sosa zweimal, Ahamada zweimal, Mola dreimal, Mio, Nathai zweimal, Massimo dreimal, Förster zweimal, Kulibali, Kalajic, Fahir, Mamush und Karasor viermal steht hier drin. Er hat auch eine nette Zusammenfassung gemacht, Corona, 20 Ausfälle, schwere Verletzungen, zehn Ausfälle, kleinere, in Anführungszeichen, Verletzungen, 26 Ausfälle. Das kann man einfach auch mal so, ja, einmal mal in den Raum werfen, einmal mal stehen lassen, auch sowas. Gehen wir auch hier rein, Verletzungstabelle Bundesliga Hinrunde, 21 zu 22, mit der durchschnittlichen Ausfall, oder den durchschnittlichen Ausfalltagen pro Spieler, die hier angegeben werden von fußballverletzungen.com. Wir sind auf Platz 17, also der zweitschlechteste quasi, im Sinne von die zweitmeisten Tage, durchschnittlich 41,71 Tage, nur beim BVB sind es 47,64 Tage, das heißt, wir haben wirklich auch rein in der Hinrunde die zweitmeisten Ausfälle, die zweitlängsten Ausfallzeiten und so weiter immer gehabt, das ist nicht dieses Gefühl von wegen, wir sind so auf Flest, nein, das ist halt einfach auch ein Fakt, dass diese Saison komplett verflucht ist und auch wenn wir es wollen oder nicht, das wird ein Faktor bleiben, ob wir drinnenbleiben oder nicht, wenn wir drinnenbleiben können wir sagen, ey, trotz so einer Wahnsinnssaison mit so vielen Verletzungen sind wir drinnengeblieben, wie geil ist das denn, dann sollte man absteigen, wird es auch heißen, ey, diese Saison war einfach komplett verflucht, wir haben gefühlt nie mit unserer Top-Elf gespielt, das wird einfach weiter Thema bleiben einfach. Interessant finde ich, ich nehme das aber mal mit rein, weil ich so auch ein bisschen Statistik-Freak bin, muss ja auch einfach mal daran glauben, dass der auf Twitter ja keinen Scheiß geschrieben hat, aber hier hat jemand quasi die, alle unsere Bundesligisten aktuell aufgelistet, von Aufstiegsjahren, quasi von kürzester Zeit in der Bundesliga bis zur längsten Zeit, wir haben Bochum 2.21 aufgestiegen, Fürth auch, Bielefeld und wir sind 2.20 aufgestiegen, Köln und Jürgen 2.19 aufgestiegen, Freiburg-Leipzig 2.16 aufgestiegen, Hertha 2.13, Frankfurt 2.12, Augsburg 2.11, Mainz 2.9, Gladbach 2.8, Hoffenheim 2.8, Wolfsburg 19.97, Leverkusen 19.79, Dortmund 19.76 und die Bayern 19.65. Bedeutet auch, wenn hier Aufstieg steht, ist natürlich der aktuellste Aufstieg, bedeutet auch, dass zum Beispiel Wolfsburg seit 1997 in der Bundesliga ist und nicht abgestiegen ist seither und eben auch Augsburg, siehst du auch, sie sind seit 2011 ununterbrochen erstklassig. Das fand ich schon auch eine sehr interessante Auflistung hier, das finde ich auch sehr cool von der Sportschau, sowas wollte ich gefühlt eigentlich auch mal selber machen, jetzt haben sie es quasi schon vorweggenommen. Abstiegskampf, wie viele Punkte zur Rettung reichen können. 40 Punkte für den Klassner verbleibt, das Zitat quasi, die Rechnung kennt man ja, diese obligatorischen 40 Punkte, die haben mal geschaut hier, Rechnung Klassner vorbei, so viele Punkte reichten bisher, sind von 2008, 2009 bis 2020, 2021, was sie quasi zeigen, ist, dass du halt nicht 40 Punkte brauchst, um drin zu bleiben, es reichen im Schnitt 33 Punkte, um auf Platz 15 zu kommen, die letzten Saisons seit 2008, 2009 bis 2020, 2021 sich anschaut. Genau, apropos anschauen, das wird die nächste teuflische Überleisung. Silas, es gibt eine Doku von der Bild, Sportbild, Stuttgart Schirmer, Silas, die Wahrheit geschieht hinter dem Identitätsschwindel, ist auch ganz nett geworden, die Doku, mit der haben sie irgendwie lange auf sich warten lassen, weil die haben irgendwie gefilmt, da war er noch in der Reha von seiner Verletzung irgendwann im Sommer, also die hatten es irgendwie schon länger da, wir haben es ja auch schon davor irgendwo bei Bild Plus rausgehauen, jetzt erst für alle zugänglich auf YouTube, wir haben schon einen Ticken älteres Ding, aber ist tatsächlich ein ganz älteres Ding geworden. Aktuelle Situation, ich mache es hier kein auf Politik, Russland, Ukraine, ihr habt es alle mitbekommen, der VfB schließt sich dem Statement der DFL an, die DFL verurteilt den russischen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste, Krieg ist in jeder Form inakzeptabel und mit den Werten des Sports unvereinbar, unsere Sorge gilt den betroffenen Menschen vor Ort, die DFL ist in dieser Angelegenheit mit den nationalen und internationalen Verbänden in Kontakt. Soweit ich weiß, soll es auch sowas wie eine Schweigeminute geben, muss man eben kurz öffnen, stand auch hier auch mit drin, genau hier, das DFL-Präsidium empfiehlt den Klubs der Bundesliga und zweiten Bundesliga für den kommenden Spieltag eine stille Gedenkminute für den Frieden und als Zeichen der Anteilnahme. So, und das Letzte, was noch kommt, das passt zwar überhaupt gar nicht hier ins Bild rein, aber noch FIFA, wir haben nämlich tatsächlich eine richtige Special Card, ich weiß, wir hatten glaube ich irgendwie, Eckloff war es glaube ich, der irgendwo rumgechillt hat als, ja, keine Ahnung, Token-Karte, ich bin ja nicht mehr so in FIFA drin tatsächlich aktuell, aber wir haben eine zu erspielende Karte auch, also wir müssen ein paar Aufgaben erledigen, eine Liga-Spieler-Karte zum Erspielen, Bundesliga und wäre es geworden, 87 linkes Mittelfeld, 93 Tempo, 86 Schuss, 85 Passen, 89 Dribbeln, 47 Defensive, 73 Physis, genau, Erik Tommy, ich weiß, dass die das Scheibe irgendwie random auswählen, aber warum denn Tommy, Bruder, der nimmt doch irgendwen anders vom VfB, also wie gesagt, wahrscheinlich machen sie es tatsächlich random, wir nehmen es mit, ich werde die mir auch irgendwie erspielen, die Karte, ist geil, dass wir eine Karte haben vom VfB, das ist sehr, sehr feierbar, kannst du Tommy mit Gommes spielen und so weiter, so Geschichten, aber Tommy ist trotzdem ein ziemlicher random Call, damit sind wir durch mit Vorbricht und den VfB-News, wir haben fürs Zuschauen, hier vor allem wieder mal fürs Zuhören, ihr könnt alles in die Kommentare reinballern, zu was ihr eure Meinung da lassen wollt und bis zum nächsten Mal.